Hallihallo Hallöle, das neue Community Event Escape Room startet heute. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich und Speedy haben euch vor zwei Monaten darum gebeten, coole Escape Rooms zu basteln, in die wir uns dann gemeinsam stürzen können. Und das haben tatsächlich einige von euch gemacht. Und ja, wir werden uns dann ab heute in diese wunderschönen Escape Rooms stürzen. In diesem Video möchte ich euch die kurzen Beschreibungen geben und auch einen kurzen Streamplan erstmal aber. Fangen wir mit dem Streamplan natürlich an. Heute, den 10.06.2022, werde ich ab 21 Uhr anfangen zu streamen. Ich hoffe, dass ich zwei Projekte schaffe. Dann morgen, der 11.06. Samstag, werde ich ab 15 Uhr streamen. Ein Projekt und ab 21 Uhr dann nochmal zwei Projekte. Damit hätte ich dann schon theoretisch fünf Projekte durch. Kann aber auch immer was dazwischen kommen. Vielleicht dauert das ein oder andere ein bisschen länger als erwartet. Und da schauen wir mal. Aber so hätte ich dann schon mal fünf Projekte weg. Und dann würde ich weiterschauen, je nachdem, wie viel ich wirklich geschafft habe, wie sich dann die nächsten Streams dann verhalten. Es haben auf jeden Fall mehr als fünf eingereicht, das kann ich schon mal sagen. Aber egal. Wir stellen, beziehungsweise ich stelle jetzt erstmal die coolen Projekte vor. Ich lese die Texte gerade auch zum ersten Mal. Aber mal schauen, was auf uns zukommt. Ich bin selber mega gespannt, okay? Okay, let's go! So, erstmal Vote for Comic Sans. Äh, MS. Hat Speedy hier draufgeschrieben. Ich habe keinen Schimmer. Warum? Jeder mag Sans. Jeder mag Undertale. Aber Comic Sans, die Schriftart, außer in Undertale. Ähm, okay. Lassen wir das. Ähm, Diabal hat eingereicht. Ähm, er schreibt über sein Projekt in Syphan, Syphanios, 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 Syphanios Flucht geht es um ein entführtes Alien, das ohne Erinnerungen aufwacht. Schnell merkt es, dass es gefangen ist und dass sich mehr hinter diesem geheimnisvollen Ort verbirgt. Als man auf den ersten Blick sieht, wird Syphanio trotz der vielen Rätsel die Flucht gelingen? Fragezeichen? Hm, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Nächster Teilnehmer ist Kizaragi. Eines Abends wache ich an einem mir bekannten Ort auf, aber ohne Erinnerungen. Was passiert ist oder wie ich hierher gekommen bin. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, finde ich hier meine Erlösung? Erlösung? Kizaragi? Äh, was? Was? Okay, ich weiß selber, wie gesagt, nicht worum es geht. Ich habe auch die Texte vorher nie gelesen. Ich habe keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, Erlösung halt. Limbos macht mal wieder mit. Nächster Teilnehmer. Raus hier! Jeder mag Spiele. Ob ganz offen oder heimlich. Irgendwann, irgendwo hat jeder Spaß am Spielen. Okay. Lassen wir das jetzt einfach so stehen. Doch was ist, wenn du gar nicht mitspielen willst, es aber keinen Weg drum herum gibt? Wenn der ein Satz dein Leben und das der Anderer das Anderer ist. In Raus hier musst du entkommen, ohne zu wissen, vor wem oder was du fließt. Löse alle Aufgaben, um zu leben und den Himmel wieder zu sehen. Und das am besten lebendig. Blinkende Lichter, Angst, Faszination und rote Farbe inklusive. Okay. Wenn jemand da irgendwelche Probleme mit blinkenden Lichtern hat, während wir das Projekt spielen, bitte kurz dann auf den Monitor wieder weggucken. Kurz weggucken, okay? Das kriegt ihr, denke ich, mal hin. Aber wenn ihr einen gut beleuchteten Raum habt, dann stört das vielleicht weniger. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Nächster Kandidat. Mina oder Teilnehmer. Keine Kandidaten. Egal. Nächster Teilnehmer. Mina. Auch wieder dabei. Mega cool. Hallo Mina. Durch einen unglücklichen Zufall ist es Valerias wesentlich aussprechbarer als Xanthrasen Gersene aus dem ersten Beitrag. Nee, ich habe vergessen, wie der hieß. Ich gebe es auf und zu. Aber irgendwas mit Minjau. Okay, zurück. Zufall ist es Valeras Aufgabe, Medikamente für ihre Großmutter zu besorgen. Leider ist dies nicht so einfach. Wie sie es sich vorstellt, technische Begrenzungen der heutigen Zeit sorgen für einige Komplikationen. Wird es Valeria gelingen, die lebensnotwendigen Medikamente zu finden und wieder zurück nach Hause zu gelangen? Interessant. Technische Begrenzungen der heutigen Zeit. In welcher Zeit spielt das? Ich spiele das in der wirklich heutigen Zeit, aber was für technische Begrenzungen? Egal. Mina. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was du damit meinst. Ich bin gespannt. Cool. Auf jeden Fall mega cool. Okay, next. Mr. Beknacktum. Oh, jetzt habe ich schon den nächsten gespoilert. Egal. Mr. Beknacktum an Call of the Void. Jan hat einen Impuls folgend einen Schritt ins Ungewisse gewagt. Jetzt ist er gefangen und muss entkommen oder elendig krepieren. Ähm. Okay. Spannend. Ja. Cool Story. Cool Story. Okay, Murdoch ist der nächste Teilnehmer. Stelle dich als junger Schamanenlehrling der Prüfung der vier Elemente. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Wirst du diese Prüfung annehmen und bestehen? Geschätzte Spielzeit 15 Minuten? Okay, dann schaffe ich aber heute wirklich drei Projekte. Äh, ich meine zwei Projekte. Ähm, ich meine, aber so würde ich dann drei Projekte. Sogar schaffen. Ähm, das wäre natürlich noch geiler. Geschätzte Spielzeit 15 Minuten. Mehrfach spielbar durch Zufallsaufgaben und Scoresystem. Oh, das ist geil. Also Scoresystem finde ich mega cool. Und den Zufallsaufgaben und so. Das ist mega cool. Okay, da bin ich voll dabei. Also das fühle ich gerade hart. Okay, da, ich. Das, das, das fühle ich. Murdoch? Murdoch? Ich habe Bock. Ich fühle das irgendwie. Wahrscheinlich viel härter, als ihr das fühlt. Aber, ähm, nicht falsch verstehen jetzt. Aber ich fühle das. Wirklich. Okay, next. Ori. Auf der... Ah ja, Ori ist der nächste Teilnehmer. Darf ich nicht vergessen zu sagen. Sonst denkt ihr, das ist die Spielüberschrift oder sonst irgendwas. Nein, das ist der nächste Teilnehmer. Auf der ganzen Welt sind Escape Rooms aufgetaucht. Und alle waren sehr gespannt. Bis es ums Überleben ging. Bis es ums Überleben ging. Oh, das klingt auch mega cool. Also, so, 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 so als kurzer One-Liner oder beziehungsweise Two-Liner, ähm, finde ich das so mega cool. So, auf so einem Kino-Plakat oder so könnte ich mir das mega cool vorstellen. oder in so einem Trailer kurz reingeschnitten, von einem geilen Ansager gesagt oder so. Kommt cool. Der Spruch kommt cool. Man weiß nicht wirklich, worum es geht, aber man weiß genug, um es spannend zu finden. Also ich find's cool. Gefängne. Shadow Dong wäre der nächste Teilnehmer. Ein Held vom einzigen König auserwählt, macht sich auf den Weg, das Böse zu bezwingen und gerät dabei in eine Falle. Dabei ist das Echte noch immer frei. Das Echte? So, das Echte Böse. Was? Keine Ahnung. Okay. Interessant auf jeden Fall. Mega interessant. Okay, next. Der nächste Teilnehmer ist Shouyu und das ist dann auch der letzte Teilnehmer. Eine neue Zeit, eine alte Geschichte, neu erzählt. Mr. Escape. Escape? Escape, versteht ihr? Ey, der ist gut. Nee, der ist wirklich cool. Okay, Shouyu. Nee, der ist wirklich gut, Shouyu. Mr. Escape find ich cool. Okay. Hat er sich zur Aufgabe gemacht? Ähm, du meinst schon nicht? Okay, alles begann mit der Aufgabe, einen Apfel zu suchen und da beginnt die Geschichte. Ah, die Apfel-Quest. Mein allererstes Tutorial. Nein, ist nicht mein erstes Tutorial. Mein zweites Tutorial war es. Mein erstes Tutorial war... Nee, war das nicht sogar mein erstes? Oh, müsste ich jetzt echt nachgucken. Müsste ich lügen. Ich glaube, mein erstes Tutorial war Mapping. Ja, mein erstes Tutorial war Mapping und das zweite war Apfel. Ja, okay. Also zumindest bei den XP-Tutorials damals, bei den ganz, ganz, ganz alten. Von vor anno dazu mal. Ähm, gut. Das sind alle Teilnehmer. Ähm, schreibt mal bitte in die Kommentare, für alle, die das jetzt bis zu Ende geguckt haben, welches, ähm, euch von den Projekten am interessantsten erscheint. Würde mich sehr interessieren. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Vielleicht spiele ich das, was am häufigsten, ähm, gewählt wurde. Begründet aber, warum gerade dieses Projekt und warum nicht ein anderes? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt einfach mal in die Kommentare, welches ihr, ähm, interessantesten findet. Und dann habe ich noch eine kleine, kleine, kleine Information für alle Teilnehmer. Uh, das ist spannend. Ähm, so, falls ihr nicht Teilnehmer seid, bleibt trotzdem dran, Ähm, aber die Teilnehmer, ihr habt sicherlich mitgezählt. Es sind neun Teilnehmer, okay? Neun Teilnehmer. Es gibt nur acht Preise. Und ich dachte mir, boah, das muss ja richtig mies sein, wenn du am letzten Tag gesagt bekommst, dass du nicht der Gewinner bist. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass, das ist halt echt mies. Und dann dachte ich mir, mach mal neun Preise. Ja. Wir machen neun Preise. Ähm, neun Preise, es gibt nochmal neunten Preis, insofern alle Spiele den Anforderungen entsprechen, sind es neun mal zehn Euro. Also jeder bekommt etwas. Jeder. Jeder bekommt zehn Euro Steam-Guthaben. Jeder Teilnehmer bekommt zehn Euro Steam-Guthaben. Mach ich aber nur, weil es wirklich neun Teilnehmer sind. Bei zehn Teilnehmern hätte ich es nicht gemacht. Gut. Nur, dass das mal geklärt ist. Alle, die das cool finden, dass ich nochmal zehn Euro oben drauf lege, können mal den Like-Button drücken. Jetzt mal kurz den Like-Button drücken. Also wenigstens neun Leute sollten mal den Like-Button drücken. Also weil, alle Teilnehmer werden das sicherlich cool finden, weil die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass sie nichts gewinnen, auf null herabgesetzt wurde. Ihr gewinnt auf jeden Fall etwas. Ihr habt quasi schon gewonnen, insofern eure Projekte den Anforderungen entsprechen. Und das tun sie ja, denke ich mal. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also nein, ohne Witz. Ich habe nochmal zehn Euro draufgehauen. Also, ich persönlich und Speedy natürlich, also wir gemeinsam, kommen da nochmal zehn Euro drauf. Speedy darf man niemals vergessen. Speedy ist cool. Alle lieben Speedy. Hallo Speedy, du bist cool. Nein, Spaß. Speedy ist wirklich cool. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Okay. Ich hoffe, ihr freut euch. Heute Abend, 21 Uhr geht's los. Ja, schreibt in die Kommentare, was ich spielen soll. Als erstes, vielleicht überzeugt ihr mich. Begründet aber. Begründet. Ohne Begründung läuft hier gar nichts. Okay. Tschüssi. S pick wie im Baumquard. estarg fuessig. Habla看.